Wenn man an das Arbeitsleben der meisten Menschen denkt, ist es das hier, was viele sich vorstellen. Jemand sitzt an seinem Schreibtisch vor dem Computer. Und das ist meist verbunden mit dem typischen Büroalltag. Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen, feste Arbeitszeiten und Räume. Das wird sich in Zukunft jedoch ändern und wir befinden uns bereits auf dem Weg dahin. Aber wie wird die Arbeitswelt sich dann ändern? Digitalisierung ist hier ein wichtiges Stichwort. Technischer Fortschritt geht Hand in Hand mit Internationalisierung und Kommunikation. Digitale Medien können uns miteinander verbinden und bieten gleichzeitig neue Möglichkeiten, unser Arbeitsleben anders zu gestalten. Aber was bedeutet das konkret? Was müssen wir verändern und wer wird davon alles beeinflusst? Wie verändert sich der Alltag und die Lehre an den Hochschulen? All das sind Fragen, die wir uns in der Summer School stellen. Dich interessiert, wie das Leben und Arbeiten in der Zukunft für uns aussehen könnte? Oder du hast schon erste Gedanken und Ideen dazu im Kopf und hast Lust, sie mit anderen zu teilen? Dann ist die Summer School genau der richtige Ort für dich und deine Ideen. In einem Team von Studierenden kannst du deine Gedanken austauschen und weiterentwickeln. Und gemeinsam könnt ihr neue Lösungsansätze finden. Darüber hinaus bietet die Summer School Möglichkeiten, sich neben dem Thema Leben und Arbeiten in der Zukunft auch mit neuen kreativen Arbeitsmethoden und Herangehensweisen auseinanderzusetzen. Design Thinking ist eine systematische Herangehensweise an komplexe Problemstellungen aus allen Lebensbereichen. In einem interaktiven Sechsphasenprozess kannst du deinen gedankenfreien Lauf lassen und über Grenzen hinausdenken. Nutzerwünsche und Bedürfnisse stehen im Fokus des Prozesses. Du schlüpfst zum Beispiel gedanklich in die Rolle des Nutzers, um Probleme von einem anderen Blickwinkel zu betrachten und vieles mehr. Du hast nun Lust bekommen mitzuwirken, was zu verändern und an Probleme mal ganz anders ranzugehen? Dann bewirb dich jetzt unter hensen.fh-aachen.de und schreibe in zwei bis drei Sätzen, wieso du an der Summer School 2021 teilnehmen möchtest. Die Summer School wird vom 30.08. bis zum 10.09. stattfinden, jeweils von 9 bis 16 Uhr. Wie und wo das Ganze stattfinden wird und weitere aktuelle Informationen findest du auf der Internetseite des ZHQ. Wir freuen uns auf dich und deine Ideen.